Die neue Praxis in Schwammerdingen liegt erstens sehr gut, ganz nahe vom Bahnhof Stettbach. Sehr gut erreichbar, die Haltestelle ist gerade vor der Türe. Dann haben wir eine sehr moderne Infrastruktur, wo man alles bekommt, über EKG, Lungenfunktionstest, Ultraschall, also was man alles braucht. Wir haben die modernste elektronische Krankengeschichte, wo alles miteinander vernetzt ist. Wir haben natürlich wie immer bei den Medics ein qualitativ gutes Team zusammengestellt von gut ausgebildeten Ärzten. Wir haben die Ökologin und natürlich die Grundversorger. Es kommt dann in Zukunft auch noch eine Kinderärztin und eine Psychiaterin dazu. Und es ist für Leute, die bei der Krankenkasse in einem Hausarztmodell, also direkt in einem Medics-Modell oder sonst in einem Hausarztmodell sind, von den Prämien her sehr günstig. Wenn wir dir bedienen, ist er das Managed Care-Modell.